Kommt, Zori, zu mir. Manchmal überrascht uns eben ein Sturm. Wer bist du? Ich bin niemand. Und ich muss sie finden. Ich bringe ihn um! Nein! Hör auf! Ich erinnere mich nicht. Sie sagen, er ist zurück. Du hast 24 Stunden, um ihn zu mir zu bringen. Du solltest doch tot sein! Wer sagt es? Ich habe ihn nicht umgebracht. Das ist es, was wir unseren Kindern beibringen wollen. Dass das Leben wertvoll ist. Du weißt nicht mehr allzu viel, nicht wahr? Ich erinnere mich nicht. Manchmal muss man sich eben entscheiden, egal. Ob richtig oder falsch. Aber auf diesem Schauplett bin ich der König. Manchmal kann man nicht zurückgehen. Was passierte dann mit ihm? Und dann mit ihm aus!" Untertitelung des ZDF für funk, 2017